Den meisten ist B-Ringer sicher für seine Xenix-Mischpulte bekannt. Und genau von diesen wollen wir uns heute welche angucken. Konkret geht es dabei um alle kleinen Mixer mit USB-Anschluss vom Xenix 302 USB bis zum Q1202 USB. Was kann man eigentlich für sein Geld erwarten? Und lohnt sich so ein Einstiegsgerät oder sollte man lieber doch sparen? Das und mehr erfahrt ihr wie immer hier in diesem Video. Bevor wir richtig einsteigen, schauen wir uns zunächst an, um was es hier eigentlich genau geht. Xenix-Mischpulte gibt es nämlich gefühlt wie Sand am Meer. Wie findet man also schnell und einfach heraus, welches für einen das Richtige ist? Eine Hilfestellung gibt uns dabei die Namensgebung. Die Kombination aus Zahlen und Buchstaben gibt uns nämlich vorab Infos über ein paar wichtige Features. Und welche genau, das sehen wir uns jetzt an. Je nach Modell kann die Bezeichnung mit Buchstaben beginnen. Konkret mit einem Q oder einem X? Die Q-Serie hat dabei meist einen One-Nob-Kompressor und ein USB-Audio-Interface. Alle Variationen mit einem X bieten darüber hinaus noch ein integriertes Effektgerät mit rudimentären Effekten wie Hall, Chorus oder Ähnlichem. Die Geräte ohne vorangestellten Q entstammen meist einer älteren Serie, die weder über einen Kompressor noch über ein integriertes USB-Audio-Interface verfügen. Die restliche Technik wie die verwendeten Vorverstärker ist laut Behringers Angaben jedoch weitestgehend identisch geblieben. Um die Verwirrung zu vervollständigen, gelten die Angaben zur Q-Serie nur für Geräte mit einem Stereo-Mainbus, sprich die mit dem Namen auf 02 enden. Kommen wir nun zu dem Zahlencode. Der vordere Teil der Zahl gibt uns Auskunft über die Anzahl der regelbaren Eingangskanäle. Die hintere über die unabhängigen Ausgangsbusse. In der Praxis bedeutet das beispielsweise, dass 802 für 8 Eingangskanäle steht, die zusammengemischt werden auf einen Stereo-Mainbus, also zwei Ausgangskanäle. In diesem Video soll es also nun um alle kleinen Behringer-Mischer gehen, die über nur einen regelbaren Stereo-Bus und ein integriertes USB-Audio-Interface verfügen. Während der Vorstellung werden die jeweiligen Abschnitte über das gezeigte Mischpult in Kombination mit einem Rode NT1A aufgenommen. Sehen wir uns also nun die Mischpulte an. Jedes einzelne wird zusammen mit einem USB-Kabel und einem entsprechenden Netzteil geliefert, um es betreiben zu können. Besonderheiten in Spezifikation und Features bilden dabei das Behringer 302 USB und das Q502 USB. Insofern fangen wir mit diesen beiden Ausreißern an. Den günstigsten Einstieg bietet das Behringer Xenix 302 USB, ein extrem kompaktes kleines Mischpult. Die Art und das allgemeine Konzept weichen von allen anderen Mischpulten der Serie ab. Das beginnt schon bei der Kombobuchse als Eingang für unseren ersten Kanal. Diese kann nämlich neben einem XLR-Mikrofon alternativ ein Line-Signal über eine 6,3 mm Klinke aufnehmen. Die zweite Abweichung von den größeren Geschwistern befindet sich ebenfalls am XLR-Anschluss. So liefert dieser keine vollen 48 Volt Phantomspeisung, sondern lediglich 15 Volt. Und diese sind auch nicht abschaltbar und liegen dauerhaft an. Die nächste Besonderheit ist, dass der erste Kanal nicht nur die Kombobuchse als Mikrofoneingang anbietet, sondern auch noch eine 3,5 mm Klinkenbuchse. An diese könnt ihr herkömmliche Headset-Mikrofone anschließen, um diese im Anschluss über den Channel-Strip von Kanal 1 aufzubessern. Gerade dieser Eingang hebt das kleine 302 von allen anderen Mixern der Xenix-Serie ab. Die Eingangssignale 2 und 3 werden über den zweiten Channel-Strip geregelt. Über einen Knopf oberhalb der Regler kann eingestellt werden, ob wir den Chinch-Eingang oder aber das USB-Signal des Computers als Signalquelle verwenden wollen. Auch das ist einmalig in der 2-Bus-Xenix-Reihe. Denn nur so haben wir zum einen die Möglichkeit, den PC-Sound am Puls selber zu regulieren. Zum anderen ist es nur hier möglich, über einen separaten Knopf festzulegen, ob nur wir selbst Kanal 2 und 3 hören wollen oder ob wir das Gehörte an den Main-Mix übergeben und somit aufnehmen wollen. Neben den beiden regelbaren Kanälen gibt es wie bei allen Xenix-Geräten noch einen Two-Track-Chinch-Eingang für ein weiteres analoges Signal, das ihr durch den Druck eines Knopfes wahlweise auf eure Kopfhörer oder zusätzlich den Hauptmix legen könnt. Zu eurer Unterstützung gibt es an diesem Gerät diverse LEDs. Eine kleine LED am Lautstärkeregler von Kanal 1 warnt euch zum Beispiel, sobald ihr mit dem Mikrofon übersteuert. Zwei LEDs oberhalb des Main-Mix-Reglers informieren euch über das Signal innerhalb des Main-Mixes und verfärben sich rot, sobald ihr auch hier zum Übersteuern neigt. Vorhin habe ich erwähnt, dass dieses Mischpult nur bei 15 statt 48 Volt Phantomspeisung verfügt und diese nicht abschaltbar ist. Daher ist es also natürlich auch interessant zu wissen, was das für euch in der Praxis bedeutet. Für dynamische Mikrofone ist es vollkommen unerheblich, ob Spannung anliegt oder nicht, da sie prinzipiell auch ohne funktionieren und selbst wenn welche anliegt, nichts damit anfangen können. Kurz gesagt, es schadet ihnen nicht. Bei Kondensatormikrofonen kommt es darauf an, wie das jeweilige Gerät spezifiziert ist. Die meisten Geräte, die ich bisher verwendet habe, halten sich an die Norm von 9 bis 52 Volt und funktionieren in diesem Spannungsbereich. Einige Mikrofone benötigen jedoch eine höhere Mindestspannung. Diese bleiben entsprechend bei den gebotenen 15 Volt stumm. Die Mikrofone von Rode oder T-Bone machen dabei allerdings keine Probleme, wie man gerade am NT1A hört. Klanglich wirkt sich der Unterschied bei den meisten Geräten nicht merklich aus. Allerdings spürt man den Unterschied gegebenenfalls in der Empfindlichkeit. Wird das Mikrofon mit weniger Spannung betrieben, kann dies dazu führen, dass der Output ebenfalls schwächer ausfällt und ihr den Gain-Regler entsprechend weiter aufdrehen müsst. Das wiederum verstärkt natürlich auch das Grundrauschen, gerade bei günstigen Geräten. Einen Vergleich zwischen dem Grundrauschen der einzelnen Geräte in Kombination mit dynamischen und Kondensatormikrofonen findet ihr am Ende des Videos. Zum Live-Aufhübschen eures Mikrofonsounds bietet das Xenix 302 für jeden Channelstrip einen einfachen Zweiband-Equalizer, mit dem ihr die Höhen und Tiefen eure Sounds beeinflussen könnt. Für eine sehr rudimentäre Aufbereitung, beispielsweise durch das Anheben der Höhen, genügt das. Der dritte Fader neben dem Equalizer ist für das Panning zuständig und lässt euch das Signal im Stereo-Bild positionieren. Das soll es damit erstmal zum 302 gewesen sein. Weiter geht es mit dem Xenix Q502 USB. Das Gerät ist dem 302 größentechnisch und optisch sehr ähnlich, unterscheidet sich aber deutlich vom Funktionsumfang. Auch wenn es der etwas größere Bruder ist, müssen alle, die in Richtung des flexiblen Streamings oder Aufnehmens gehen wollen, Abstriche machen. Aber fangen wir vorne an. Ebenso wie das 302 bietet uns das Q502 einen einzelnen Monokanal mit Mikrofon und Line-Eingang. Dieses Mal aber aufgeteilt auf zwei verschiedene Buchsen. Wie auch beim kleinen Bruder liefert uns der XLR-Anschluss wieder nur 15 Volt Phantomspeisung. Diese ist dafür aber per Knopf schaltbar. Dieses Mal gibt es den Zweiband-Equalizer nur beim ersten Kanal. Zudem ist unser erster Channelstrip wie auch die anderen mit einem Panning-Regler für die Positionierung des Audiosignals im Stereo-Bild ausgestattet. Abgesehen davon gibt es auch wieder eine Clipping-LED, die uns warnt, falls das Mikrofon-Signal übersteuert. Als kleines Extra gegenüber dem 302 bietet uns das 502 nun für unser Mikrofon-Signal einen einfachen Kompressor an. Dieser kann über einen einzigen Knopf geregelt werden. Dabei verstärkt sich der Grad der Kompression durch Aufdrehen des Reglers im Uhrzeigersinn. Die kleine LED springt an, wann immer der Kompressor arbeitet. Neben dem Mikrofon-Kanal bietet der Mixer noch zwei regelbare Stereo-Kanäle mit 6,3mm Mono-Klinken-Eingängen an. Darüber könnt ihr Leihensignale, die sich neben der räumlichen Positionierung mittels Pan-Regler nur noch in der Lautstärke beeinflussen lassen, einspeisen. Wie auch bei den größeren Vertretern üblich, werden diese Kanäle als Mono-Kanäle behandelt, wenn ihr nur den Eingang für den linken Kanal verwendet. Das heißt also, dass ihr in diesem Fall das angesteckte Signal nicht nur links hört, sondern es auf beide Seiten gedoppelt wird. Wie auch beim kleinen Bruder gibt es noch einen nicht regelbaren Two-Track-Kanal, der sich den Eingang mit dem USB-Signal des PCs teilt, sodass ihr entweder ein analoges Line-Signal oder ein digitales über den PC anlegen könnt. Im Gegensatz zum kleinen 302 könnt ihr das Signal an diesem und auch an den größeren Geräten nicht lautstärketechnisch einstellen. Das bedeutet, die Lautstärkeregelung muss am jeweiligen angeschlossenen Gerät selbst vorgenommen werden. Dieses Mal wird es etwas tricky, denn entweder ihr könnt ausschließlich das PC-Signal hören, nicht aber den Main-Mix, oder ihr schleift das Signal in den Main-Mix rein und nehmt es mit auf. Wollt ihr euer PC-Signal im Main-Mix haben und trotzdem über den Mixer regeln können, müsst ihr eure Soundkarte mittels analogen Klinkenkabel an einen der beiden Stereo-Kanäle anschließen. PC-Signal und Mikrofon gleichzeitig hören, aber nur das Mikrofon aufnehmen, ist bei diesem Gerät leider nicht möglich. An Ausgängen habt ihr neben einem Line-Out über Chinch noch zwei 6,3 mm Monoklinken für den Anschluss am Monitore und einen unabhängig regelbaren Kopfhörerausgang. Zudem wird das Signal des Main-Mix über das integrierte USB-Audio-Interface an eurem PC geschickt. Nett, oberhalb eures Hauptreglers befinden sich hier ein paar mehr LEDs, die euch detaillierte Informationen über den Pegel eures Main-Mixes geben. Auch hier wird durch rote LEDs gewarnt, falls ihr zu übersteuern droht. Zu guter Letzt schauen wir uns nun das nächstgrößere Gerät und zwar das Q802 USB an. Da sich die noch größeren Geschwister im Wesentlichen in der Anzahl der Kanäle unterscheiden, nicht aber durch klangliche oder technische Unterschiede, wird uns das Q802 USB als Beispielgerät dienen. Auf die exakten Unterschiede zum Rest gehe ich gegen Ende ein. Wenn man das 802 optisch mit dem 502 vergleicht, fallen gleich mehrere Unterschiede auf. Abseits der erweiterten Anschlussmöglichkeiten dürften die umfangreicheren Channel-Strips einer der auffälligsten sein. Wie auch schon beim Q502 USB steht uns bei den Mikrofonkanälen ein einfacher Einknopf-Kompressor und ein Equalizer zur Verfügung. Auch hier sorgt der Kompressor wieder für eine durchschnittlich höhere Lautheit und Dichte im Signal, ohne dass man sich zu viele Gedanken um die exakten Parameter machen muss. Doch schon beim Equalizer finden wir einen zusätzlichen Regler. Neben den Höhen und Tiefen können wir bei den größeren Geräten auch die Mitten unseres Signals beeinflussen. Beispielsweise für die typische Badewannenform unserer Frequenzlinie mit angehobenen Höhen und Tiefen und leicht abgesenkten Mitten. Allein das bedeutet schon eine ganze Ecke mehr Flexibilität und auch letzten Endes Qualität. Ein weiterer neuer Regler, der euch vielleicht aufgefallen ist, ist der FX-Regler. Bei größeren Mischpulten auch als AUX-Regler bekannt. Während ihr mit den Level-Reglern die Kanallautstärken innerhalb des Mainmixes regelt, funktioniert der FX-Regler genauso, nur dass die Kanallautstärke für den analogen FX-Ausgang am oberen Ende des Pultes gilt. Dabei handelt es sich um einen Mono-Ausgang. Das kann für verschiedene Szenarien praktisch sein. Beispielsweise, wenn ihr über das Mischpult alle Eingänge abhören, aber nur das Mikrofonsignal oder andere ausgewählte Kanäle aufnehmen wollt. Der Regler FX-Send regelt dabei die Gesamtlautstärke des FX-Mixes. In dem Fall könnt ihr den FX-Ausgang mit dem Line-In einer Soundkarte verbinden und diesen als Aufnahmequelle verwenden. Habt ihr ein Modell mit X im Namen, entscheidet der Regler darüber, wie laut das Signal ist, das zum integrierten Effektprozessor geht, sofern kein Kabel am AUX-Output angeschlossen ist. Beim Thema FX-In und Out gibt es noch eine Besonderheit, die speziell fürs Q802 gilt. Üblicherweise wird der Ausgang verwendet, um das Signal durch externe Effektgeräte zu schleifen und deren Ergebnis dann wieder in den Mainmix zu bringen. Dafür besitzt das Q802-USB einen AUX-Return. Das 1002 und 1202 verzichten auf einen AUX-Return-Eingang und empfehlen stattdessen, einfach einen der Stereo-Eingänge zu benutzen. Eine letzte Besonderheit hebt allerdings auch das Q802-USB noch von seinen größeren Geschwistern ab. Nur dieses bietet für jeden Kanalzug Equalizer an. Beim C02 und 1202 wurde bei den Stereo-Kanälen auf die Equalizer verzichtet. Ich habe euch nun alle Geräte funktionstechnisch gezeigt, sodass ihr einen Eindruck davon habt, was ihr mit welchem Gerät anstellen könnt und eine Vorstellung davon bekommt, was für euer Projekt bzw. euer Setup notwendig wird. Abschließend möchte ich aber auch nochmal leistungstechnische Unterschiede austesten. Aus dem Grund gibt es jetzt jeweils Aufnahmen mit dynamischen und Kondensatormikrofonen, die identisch eingepegelt sind, um zu zeigen, wie die Geräte sich im Klang- und Rauschverhalten unterscheiden. Informationen stehen jeweils im Video. Was ihr hier jetzt hört, ist das Rode NT1-A angeschlossen an das Behringer Xenix 302-USB. Und wie ihr hören könnt, hält sich das Rauschen extrem in Grenzen. Hier hört ihr nun eine unbearbeitete Aufnahme mit dem Rode NT1-A angeschlossen an das Behringer Xenix Q502-USB. Und wie man hört, so gut wie kein Rauschen. Und noch eine Aufnahme mit dem Rode NT1-A, diesmal in Kombination mit dem Behringer Xenix Q802-USB. Und auch hier wieder so gut wie kein Rauschen zu hören. Hier hört ihr nun das Rode Procaster in Kombination mit dem Behringer Xenix 302-USB. Der Gain-Regler muss für so ein dynamisches Mikrofon bedeutend weiter aufgedreht werden. Deshalb kann man eventuell auch etwas besser das Rauschen wahrnehmen. Auch hier gibt es nun wieder ein unbearbeitetes Rode Procaster in Kombination dieses Mal mit dem Behringer Xenix Q502-USB. Auch hier muss ich den Gain bedeutend weiter aufdrehen und trotzdem hält sich das Rauschen noch in Grenzen. Abschließend gibt es hier nochmal das Rode Procaster, dieses Mal am Behringer Xenix Q802-USB. Und auch hier wieder so gut wie kein Rauschen zu hören. Aber hören wir uns die Pulte nochmal mit Verstärkung an. Alle gezeigten Mischpulte haben eine vergleichbar solide Verarbeitungsqualität. Die Regler bieten einen ordentlichen Widerstand und haben bei Keimen der Geräte gewackelt. Über die Jahre habt ihr bei dem Potis aber unter Umständen mit bekannten Alterungserscheinungen zu kämpfen. Das bedeutet in der Praxis, dass es während der Soundeinstellung zu knacken oder ähnlichen Störgeräuschen kommen kann. Insofern Obacht bei alten gebrauchten Geräten. Das Einzige, was mir sonst negativ aufgefallen wäre, ist, dass es keine gummierten Standfüße gibt. Entsprechend stehen die Geräte leider nicht wirklich sicher und bewegen sich bei jeder kleinen Berührung. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Eindruck von den einzelnen Geräten vermitteln und euch damit die Entscheidung für das für euch passende Gerät erleichtern. Meiner Meinung nach haben die Behringer Geräte teilweise einen schlechteren Ruf, als ihnen gerecht wäre. In Anbetracht des Preises liefern alle eine angemessene Leistung, sodass sie meiner Meinung nach immer noch einen ausgezeichneten Einstieg für all jene darstellen, die darauf angewiesen sind, live mit dem Sound zu arbeiten. Der einzige Umstand, den ihr im Hinterkopf behalten solltet, ist, dass ihr euch immer selbst hört, sofern ihr den Mainmix über das Mischpult abhört. Denn selektives Ausschalten und trotzdem Aufnehmen ist hier nicht ohne weiteres möglich. Dafür gibt es allerdings höherwertige Geräte, die auf genau solche Szenarien spezialisiert sind. Wer also entsprechend noch mehr Wert auf guten Klang, gute Verarbeitung und vor allem extreme Flexibilität in der Klangeinstellung und im Soundrouting legt, dem kann ich nur das Yamaha AG-03 und das AG-06 empfehlen. Diese Geräte stellen quasi die nächsthöhere Ebene in Sachen Kleinmischer für das Heimstudio dar und leisten mir immer noch in sehr vielen Projekten ausgezeichnete Dienste. Was haltet ihr von den Behringer Pulten? Welches wäre für euch das Richtige und vor allem warum? Das soll's von mir gewesen sein und ich würde sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.